Social Media, Marketing, die vier Disziplinen, Community Management. Mein Name ist Philipp Saul, ich bin von Rienemage und Sie schauen Webseitemarketing.ca. Ich habe die letzten beiden Mal über die Kreation, Konzeption und dann eben auch über die Softwareentwicklung, Hosting und Security berichtet, das zwei der vier Disziplinen, die es meiner Meinung nach für Social Media Marketing braucht in einer Firma. Dann heute geht es um das Community Management, das nächste Mal um Suchmaschinenoptimierung. Ja, was ist Community Management genau und warum braucht es das? Wenn ich mit einer Kampagne oder einem Projekt starte im Social Media Bereich, dann muss ich erstens mal schauen, dass ich meine Schäfchen zusammen habe. Das heisst, dass ich eine Community aufgebaut habe, dass irgendwie schon was da ist. Und das funktioniert so, ich ziehe mir zuerst mal das innere Netzwerk ran. Das heisst, ich nehme Kunden, vielleicht schon Fans von einem Brand, Leute, die ich kenne über den Newsletter, schaue ich mal, dass ich die an mich binden kann. Das heisst, ich schaue hier, dass ich die beispielsweise auf Facebook kriege. Ich schaue, dass ich die an meinen Twitter-Channel anbinde und versuche dann über die an das äussere Netzwerk zu kommen. Das geht nicht direkt, das heisst, die muss ich da einspannen. Das ist der erste Schritt, den ich mache. Wenn ohne Community geht gar nichts, da geht ein Projekt voll hinten raus, denn es startet und kein Mensch ist dabei. Das zweite dann, ganz wichtig, das Themenkonzept, und zwar Montag bis Sonntag. Über was schreibe ich in einem Blog, über was berichte ich auf meiner Facebook-Seite, was kommt auf Twitter vor, wer macht wann welches YouTube-Video, das muss abgestimmt sein. Das muss ein Konzept geben, das Tag für Tag festlegt, wer was macht. Das können Serien sein, ist natürlich am einfachsten, immer am Montag, dasselbe, immer am Dienstag, dasselbe, vielleicht sogar vom selben Autor, ist natürlich dann auch einfacher zum Planen und da muss das vor allem kontrolliert werden. Und dann als drittes, wenn die Posts mal draussen sind, dann geht es ans Verbreiten und das ist der Community-Manager, der das macht. Das heisst, er bringt beispielsweise die Posts auf einem Blog beispielsweise oder auch von Facebook eben noch auf Twitter raus. Immer noch ein bisschen spannend geschrieben, logischerweise. Man schaut natürlich, dass man in den Communities präsent ist, das heisst, man schaut, dass man in Blogs kommentiert oder auch in Foren sich tummelt, dann geht es auf die Social Networks, klar. Ich will nicht einfach, dass von meinem Blog aus automatisch was auf Facebook gepostet wird, sondern ich mache das manuell, das kommt besser an, das kommt eher in die Hauptmeldungen rein. Dann schaue ich auch, dass ich es ein bisschen verbreite über die ganzen Social Bookmarks, logischerweise den Search-Bereich nicht aussen vorlasse, da komme ich dann beim nächsten Mal drauf zurück. Und dann ganz wichtig, die Mash-Ups, das heisst, ich haue meine Bilder raus, verlinke die dann rein in meine Plattform, in meinem Blog oder was es auch immer ist und vor allem auch meine Videos, die verteile ich da schön und erlange dann so schlussendlich von all diesen Kanälen, von all diesen Plattformen wieder Besucher und Bekanntheit, dass sich das dann eben auch schön verbreitet. Und dann ein ganz wesentlicher Faktor, den viele vergessen oder denken, das braucht es beim Social Media Marketing weniger, ist das Monitoring. Wir setzen in dem Fall Raven Tools ein, Raven ist eine Software, die wir auch einkaufen und darauf sehe ich halt, wie sich beispielsweise die Fans entwickeln, ich sehe, wo Kommentare reinkommen, ich kann auch sogar von der Plattform aus reagieren, da geht mir zum Beispiel auch Hootsuite als Tool, also ich muss schauen, was passiert, es kann nicht sein, dass jemand einen Kommentar hinterlässt und ich dann nicht darauf reagiere, man sagt im Social Media Marketing, ich muss immer das letzte Wort haben, das ist natürlich blöd, es kann auch mal was Spanniges reinkommen oder was mir nicht passt, auch das muss ich natürlich sehen und darauf reagieren können. Das sind also die Punkte, die ein Community Manager können sollte oder machen müsste, damit sich so eine Community schön aufbaut, auch die Fans schön ausbreiten, wir sagen den Friend Boosting, wenn ich mir zuerst mal einen Twitter Account ran, ich suche nach Leuten, die vielleicht zu dem selben Thema twittern und so weiter, also ich will jetzt möglichst viele Leute in meiner Community haben und dann kann ich so eine Plattform wie ein Blog oder eine Facebook-Site oder natürlich auch irgendeine Kampagne gut bewerben, da gehört auch dazu, dass ich ab und zu mal so eine Mini-Kampagne machen, verlassen Sie jetzt vielleicht nicht gerade wieder ein iPad, das haben schon genug gemacht, aber überlegen Sie sich, was zu Ihrer Zielgruppe passt, nehmen Sie was aus Ihrem Sortiment heraus und preisen Sie das an, dann ziehen Sie auch die richtigen Leute an. So also, geht meine Gedanken zum Thema Community Management, wie sehen Sie das, würde mich wie immer hier interessieren, mein Name ist Philipp Saub, ich bin von der INM AG und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.